Die Spille möchte, dass du dieses Ohr für dich beansprichst. Er lächelt gleich, als hätte er gerade einen Witz erzählt, den nur Außerwählte verstehen. Du weißt jetzt Bescheid, so wie ich es tue. Hast du sonst noch was? Okay, also zwei weitere. Der ungeschliffene Edelstein. Oh, das Ohr des Weisssagers. Die Ladengeschäfte von Perikis Aussichtspunkt könnten sich als ein guter Ausgangspunkt für meine Suche sein. Das suchende Gesicht möchte, dass ich zum Todesfeuer reise, um nach dem Ohr des Wahrsagers zu suchen. Das möglicherweise tatsächlich ein Ohr eines tatsächlichen Wahrsagers ist. Gut. Spiddy, Spiddy, Spiddy. Ah, das wird jetzt Spaß. Spiddy, 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 Spiddy. Spiddy, Spiddy, Spiddy. Das kennen wir ja alles schon. Ich glaube, es wird sich trotzdem mich ankäpten. Ach, Konstantin ist noch nicht mal voll geheilt. Oh, Mist. Ganz ehrlich, wenn ich einen Herzschuss mache... Okay, dann sind alle auf mich scharf. Das brauchen wir dann nicht. Ich brauche wirklich volle Möhre auf diese blöden beiden Riesenspinnen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich die sonst wegkriegen soll. Der Kampf ist ja dadurch sowieso gemein, wenn die sich selber heilen können. Also gegenseitig heilen können, die beiden Riesenspinnen. Also die beiden großen Spinnen. Nichts, was so ein kleines Feuer nicht lösen könnte. So, okay. So, brei schlagen. Verbrennen. Feste Geschosse. Auflösung. Und einen Herzschuss. Okay, erst ist down. Machen wir gleich mit der zweiten weiter. Oh, hey, watch it. Okay, das für Sothi war keine gute Idee. So, das war gap runway. Was sind wir? Oh, dieses mitzelt ist das. doch Okay, glaube War schon mal ein guter Anfang Aber Ich hätte nicht die Fähigkeit Von XOTI benutzen sollen, weil die hat Jeden geschädigt Das habe ich auch nicht gewusst Dass die das kann Aber ja, eine von den großen Spinnen Weg machen Ist schon mal eine gute Idee Dann sollten wir Kreaturen beschwören Nehmen wir mal die untere einfach Okay, XOTI Das da Ich Herzschuss Zum Brei schlagen Seraphil Auflösen All of Das da Jetzt haben wir nur das Problem Wir erreichen die andere nicht Das ist das erste Problem Das zweite Problem Wäre das mehr Spinnen Und ich sollte vielleicht mal bei Seraphen Wieder auf die Pistolen wechseln Okay Obenrum hat es besser geklappt Ja, ja Kämen wir alles So Weil die kleinen wegboxen Das kann ich vergessen Das ist Oh Und ich mach mal die Heilung. Du schlägst den gleich auch mal zu Brei. Feuerball wäre vielleicht übertrieben, aber Blitzschlag. Nächster Herzschuss. Seraphim, mach eigentlich einfach irgendwas. Aber wir kommen nicht an die blöde Spinner ran. Ich glaube, egal was wir machen, das würde ich hinhauen. Ich mach's. Weil mich erst um die Kleinen kümmert und dann die Großen wegmachen, das klappt einfach nicht. Und gerade bei den Viechern klappt es nicht, dass Seraphim mehrere übernimmt. Wer übernimmt. Äh, so gut. So, konstatiert heilen. Du bleibst mal. Äh, die Fähigkeit. Konstantin zum Brei schlagen. Herzschuss. Okay, eine ist down. Flamsäule. Jetzt schlag. Du machst das schon. Ähm. Noch ein Herzschuss. Du, heil dich. Du, heilsymbol. Du, deinen Bogen. Seraphim, nochmal Übernahme. Okay, Fenrir ist aus irgendeinem Grund. Ah, jetzt ist das Vieh abgehauen. Was haben wir noch, was wir einsetzen können? Das da. Xoti, mach mal was in Heilung. Du, prügel weiter auf das Vieh ein. Äh. Doppelfeile. Nee, heil dich erst mal. Konstantin hat seine Heilung schon raus. Dann benommen machen. Aloth, nochmal so ein Ding. Äh, Seraphim. Seraphim. Und zwar. Das ist ein Ding. S hoppen. Ja, das ist ja. Was hat er. Und zwar. Ja, das ist ja. Ich bin.